Ja, und damit sage ich Ahoi und Willkommen zurück hier bei Assassin's Creed Revelations. Zuallererst erstmal ein dickes Story. Ein ganz, ganz dickes Story. Ich weiß, letztens für Folgen, da ich habe keine Ahnung, was mit meinem Mikrofon passiert ist, mit meinem Mikrofon-Ton. Ich habe das dumpfe Gefühl, dass es damit zusammenhängt, dass wir da ja auch in der Folge davor, zum Ende hin, dass sich da irgendwie der Sound verabschiedet hat, das auf einmal unglaublich leise wurde. Und dass es gleichzeitig halt In-Game-Sound und Mikrofon-Sound gleichzeitig passiert ist. Und ich zwar durch den Neustart des Spiels den Spielsound quasi wieder normal gekriegt habe, aber die Mikrofon-Lautstärke, weil ich halt mein Aufnahmprogramm die ganze Zeit laufen hatte, nicht resettet wurde. Keine Ahnung, wo dran das jetzt lag, was da passiert ist. Ich habe versucht, das Ganze noch ein bisschen hochzuschrauben, dass man das wenigstens einigermaßen versteht. Dieses alles ein bisschen leise, das ganze gesamte Video. Sowohl der In-Game-Sound als auch meine Mikrofon-Qualität, also meine eigene Stimme. Meine Aufnahme, meine Mikroaufnahme. Und die habe ich halt ein bisschen hochgeschraubt, von der Dezibel hoch und den In-Game-Sound halt ein bisschen runtergeschraubt, bei In-Outer-City und das wieder zusammengemischt und hast nichts gesehen. Ich hoffe mal, dass es ein ganz animares Ergebnis geworden ist. Ich habe mir das letzte Mal angeschaut, mal selbst reingehört und naja, es geht, es ist okay. Es ist nicht das Gelbe vom Ei, aber auch nicht das Brune vom Allerwertesten und von daher, ich denke mal... Es sind vier Folgen, es sind knapp anderthalb Stunden, die davon betroffen sind, weil ich halt dann eine Aufnahme-Session hatte. Bis ich mir quasi eine Aufnahme-Session hingestellt habe, selbst ein paar Folgen am Stück zu machen. Und ja, ist mir dann leider erst hinterher bei der Review der Files und bei der Sound-Files und so weiter und so fort, ähm, leider erst aufgefallen, dass es da mit dem, mit meinen Mikrofons-Sound-Probleme gab. Ne, und von daher... Tja, müssen wir jetzt mit leben. Ich werde mich bemühen, das jetzt in Zukunft so zu machen, dass es nach jeder beendeten Aufnahme quasi, nach jeder einzelnen Folge, die ich beende. Ähm... Dass ich dann quasi erstmal in die Datei reinschaue, ja, was da los ist, ob das alles so in Ordnung ist, weil... Ich weiß nicht, warum die alten Teile, die funktionierten alle wunderbar, alle ohne Probleme, aber hier bei Revelations habe ich es ja in... Alle Heiligen, was macht der da? Habe ich ja schon des Öfteren ein paar Fehler gehabt, nicht nur am Anfang, dass da ständig das Spiel gecrashed ist, äh, bis er halt einfach nur abgestürzt ist und, äh... Ja, nicht mehr weitermachen wollte und dann ist er halt da mit dem Sound und, ach, keine Ahnung. Ich weiß es nicht mehr gucken. Ich hoffe mal, ich habe das hier so einigermaßen in den Griff und, ja, wie gesagt, ich werde einfach mal nach jeder Folge gucken, ob da wirklich alles in Ordnung ist mit dem Sound und so weiter und so fort und, ja. Aber, das wollte ich jetzt nur schon mal zu Beginn, ähm, loswerden, bevor wir das jetzt großartig weitermachen. Deswegen schauen wir jetzt mal kurz hier rein, weil da hat es einige... Machen wir mal so ein paar Missionen abgeschlossen, zumindest eine. Den geben wir denen, zack, und, äh, du kriegst den und den. Oh, zack. Der ist immer noch unterwegs hier, unser arme Zaraf. Wann der wieder zurückkommt, keine Ahnung. Und wir sind ja immer noch hier, Bursta wollten wir hier noch machen. Wir haben Geldfolgen, wie gesagt, hier ist so eine Schwermission, die ist noch unterwegs, der kleine Prinz. Konkriegen wir die jetzt mit... ...10, 20, nein. Da brauchen wir auf jeden Fall noch ein bisschen mehr, deswegen würde ich sagen, schauen wir mal hier. Hier entstehen wir alleine los, da schenke ich auch noch mal ein Level auf, das ist schon mal gut. Ähm. Sonst noch was hier, nein, dann gehen wir noch mal nach Algier. Gucken, ob wir da haben. Hier haben wir noch so eine Dreier. Was sagt der? 30, 60. Gucken wir mal so, auf 100% kriegt jeder 300 EP, das passt. Gucken wir mal, die starten und läuft. Gut. So. Ähm. Dann wollen wir doch mal schauen, was machen wir. Was ist zu tun? Ähm, die Hauptmission... Oh, da ist noch ein Fragment. Das wollen wir uns doch gerade mal mitnehmen hier, oder? So. Wo waren wir eigentlich stehen geblieben jetzt in der letzten Folge? Genau, wir können uns hier den noch mal kurz bestechen. Hier den Herold. Der dort drüben hier ist. Um ein wenig unseren Bekanntheitsstatus wieder zu senken. Und dann würde ich sagen, gucken wir mal... Oh, was? Ach, das steht hier hinter. Dann gucken wir doch noch um den Buchladen. Wir haben ja noch ein bisschen Geld über. Ja, meine Freunde, wir haben ja auch so eine Lügengeschichte nicht erzählt. Dann gib mir mal mein Geld wieder, danke. So, den haben wir mal ein bisschen belabert. Wir sind also bestochen. Ähm, was wollte ich machen? Haben wir noch irgendein Geschäft zu kaufen? Irgendwas? Nein, Geschäfte haben wir soweit allesamt gekauft. Allerdings haben wir hier noch ein Fraktionsgebäude, wo wir noch eine Fraktion platzieren können. Ich glaube, da werden wir uns dann auch noch drum kümmern. Und wir gehen jetzt aber noch hierüber zu diesem Herold. Wir stechen diesen Jungenmann auch noch. In Hoffnung, dass dann unsere Kattage-Chartage auf komplett Null runtergeht. Wobei ich ja meine, der sollte sich irgendwie automatisch wieder senken irgendwann mit der Zeit. Wenn man eine Zeit lang keine auffälligen Aktionen ausführt, sollte der automatisch wieder sinken. Was? Assassinen-Buderschaft-Handwerk legen? Nein, 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 nein. So. Ja, da sind wir doch fast bei Null. Das ist schon mal gut. Bei den Jungenmännern können wir Bomben kaufen. Hup, da haben wir noch eine Bombenkiste. Die nehmen wir mit. Und dann würde ich sagen, machen wir uns auf den Weg Richtung Fähre. Überqueren ein weiteres Mal den Boss-Büros. Wenn wir da irgendwie hier rüberkommen, da kommen immer hier das Haus. Nehmen wir einfach mal die Abkürzung über die Dächer. Nehmen wir die Abkürzung über die Dächer. In Richtung Hafen. Und nehmen dann eine Fähre rüber auf die andere Seite des Boss-Büros. Ja, ich möchte gerne zu dem anderen Bezirk reisen. Und das Ganze mit dem Schiff. So. Hier haben wir noch drei Festungstürme über. Die wir zu erledigen haben. Und unsere Hauptaufgabe, Hauptmission, führt uns ja hier zu den Roma hin. Ich würde sagen, wir gehen aber jetzt alle erstmal hier runter zu den Kriegern, zu den Söldnern. Und erledigen für die Söldner einen Auftrag. Um mal zu schauen, was diese Herrschaften von uns möchten. Beziehungsweise wie wir denen helfen können. Nachdem wir diese Tour noch mitgenommen haben, mit Bomben zusetzen. Und da hat sich wieder mein Spielson verabschiedet. Ich werde hier einen kleinen Cut einsetzen. Und melde mich dann gleich wieder. Also, bis gleich, Freunde. So, und da bin ich wieder zurück. Seltsam. Das war wohl anscheinend dann doch nur irgendwie ein Problem bei mir selbst mit meinem Headset. Keine Ahnung, was da los ist. Aber der Ton, der war alles. Soweit komplett in Ordnung. Wie es sich eigentlich gehört, wie es sein sollte. Ich weiß nicht, was da los ist. Aber ich, komischerweise, nur hier bei Assassin's Creed Revelations jetzt sind die Fehler und die Probleme. Keine Ahnung, warum, wieso, weshalb. Bin ich echt gestört? Da bin ich echt überfragt. Aber naja. Kein Gefühl für Sitte und Anstand. Wir waren ja auf dem Weg, ähm, hier jetzt unseren Freunden, den Söldnern. Wir wollten da ja mal schauen. Das wäre da oben noch das Einigungs-Datenfragment einstecken. Entschuldigung. Dann machen wir diesen Weg hier links, hier rüber, auf diese Säulen und da drauf und springen dann da rüber. Genau so. Sehr schön. Huch. So. Und wieder den Weg zurück. Und machen uns dann auf den Weg, über diese Schatztruhe. Auf den Weg zu den Söldnern. Halten natürlich weiterhin die Augen offen. Nach. Oh. Das trifft sich gut. Da können wir direkt die Jungs wieder losschicken. Dass wir den ein, obwohl, nee, den behalten wir. Den behalten wir mal hier. So, dass wir ihn uns eventuell zur Not, ähm, als Unterstützung noch ranholen könnten. So. Aber dann jetzt, ohne weitere Umwege, hoffentlich, ähm, äh, zu den Söldnern. Und dann, ohne weitere Umwege, hoffentlich, äh, zu den Söldnern. So. Und dann sind wir doch auch gleich schon da, wie sich's scheint. Kündern wir noch schnell diese Truhe und klettern dann. Übers Haus, über die Dächer. Zu den Herren Söldnern. Da oben haben wir noch ein Animus-Fragment. Das holen wir uns gerade noch schnell, bevor wir da mit dem Söldner quatschen. Ja, ich bin wie eine Elster. Es glitzert, ich kann nicht widerstehen. Ach, das ist oben auf dem Turm. Okay. Kommen wir da irgendwie hin? Stimmt hier über das Fenster, oder? Dass er hier drüber. Und dann hier hoch. Funktioniert das? Wunderbar, funktioniert. Hey. Sollst du an die Säule springen? Hey. Gut, dann gehst du erstmal da runter und läufst dann jetzt hier so hoch. Da steht auch noch eine Truhe, aber die igniere ich jetzt einfach mal. Und sprich mit dem jungen Mann. Diese Bastarde. Diese verdammten Bastarde. Ich reiße ihnen die Arme ab und benutze sie als Knüppel. Ruhig, Amico. Zorn ist der Feind der Vorsicht. Diese byzantinischen Schweine haben meinen Sohn, Ezio. Um mich zu treffen, greifen sie einen kleinen Jungen an. Wir holen euren Sohn zurück, aber nur wenn wir zusammenarbeiten und vorsichtig sind. Evette, natürlich. Wenn ihr vorgeht, folge ich euch. Na, das klingt doch gut. Einige Söldner wurden gefangen genommen und eingesperrt. Finden sie ihren Aufenthaltsort und eliminieren sie die Verantwortlichen. Volle Sekundation unbemerkt die gefangenen Söldner befreien. Wird da unglücklich ist so. Na, akzeptiert. Ganz unauffällig mit ihren schweren Echsen, die hier voran streiten. Das ist nur ein Verkäufer, nur ein Händler für Bomben. Alles klar. Vertrag geschlossen. Nichts. Oh mein Gott, ein Irrer! Wartet. Mit dem Kopf, steh mir bei! So, lassen wir die mal kämpfen. Und wir befreien mal. Ich weiß es nicht. Er ist still wie eine Leiche. Sein Herz ist schwach, aber er lebt. Es gibt keine andere Erklärung. Vielleicht besteht Hoffnung auf Heilung. Wir bringen ihn zu einem Doktor. Sehr schön. Optionale Ziel erfüllt. Und jetzt müssen wir zu einem Dock. Wenn er sich irgendwo dort oben befindet. Und er verliert rapide. Ja, was ist rapide? Aber er verliert doch schon konstant Gesundheit. Dann beeilen wir uns einfach mal. Ja. Mensch. Diese NPCs. Sehen nicht, dass ich hier einen schwer verletzten, verwundeten Menschen trage. Die versuchen zu helfen. Rennen in mich rein. Mann, 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 Mann. Ich glaube, ich habe jetzt einen kleinen Umweg genommen, aber... Das stört mich jetzt nicht weiter. Boah, ich hasse diese dämlichen Bettlerinnen. Mensch, wie kommen wir da jetzt zu dem Arzt hin? Verdammt. Ich bin hier durch eine Seitengasse. Ich laufe hier einmal im Kreis. Das ist unglaublich, ey. Boah, Alter. Mann, was geht mir denn jetzt auf den Sack, dass sie einem ständig in die Fresse rennt? Nein, 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 wir sind weg hier. Einfach nur weg hier! Herr Kim Effendi, dieser Junge wurde vergiftet. So, haben wir es auch noch geschafft. Macht mir Platz. falle es ist eine falle wie war das die templar ich bin nur ein köder um euch rauszulocken um euch alle zu töten wurden wir verfolgt daran zweifle ich nicht geht in position und seid auf alles gefasst das kommt einverstanden passt auf diesen jungen auf das niemanden in seine nähe haltet die stelle bereit Aua Haut der Mig erst mal hier Na komm Haut der mich einfach Bleibt zusammen Bleibt standhaft Haltet die Stellung Schöne Schilder trümmert Und ich mit einer Slow-Mo ausgeschaltet Wie geht es dir? Es geht mir gut Vater Bemuttere mich nicht Wenn du es als bemuttern empfindest Dein Leben zu retten besteht vielleicht noch Hoffnung Ach Au Ich muss mich hinlegen Trink Wasser und bleib liegen Aufregung verteilt das Gift nur schneller in deinem Körper Ich stehe in eurer Schuld Und wir haben uns mit den Söldnern zusammengetan Sehr schön So und dann wollen wir uns doch jetzt mal um die Hauptmission kümmern Würde ich sagen Und laufen einfach mal ganz geschwind In die entsprechende Richtung Wo müssen wir denn hin? Hier hinten müssen wir hin Alles klar Zu den Roma Was in den alten Teilen die Kortisanen waren In Teil 2, 3 Teil 2 und in Brotherhood Sind hier die Roma Mädels Mädchen die man erwerben kann So vielen Dank für das Geld zurück Kurz auf die Karte schauen Haben wir hier nicht noch irgendwo einen Aussichtspunkt in der Nähe Den wir noch aufstecken können Ja genau Den Turm haben wir ja noch da Ich würde sagen Pass auf Wir geben uns mal in die Richtung Holen uns noch die Festung Bevor wir uns dann um Die äh Mission kümmern Dass wir hier auch quasi die Karte aufdecken Dass wir auch sehen Wo wir uns hier bewegen Weil wie ich ja schon erwähnt habe Mag ich es eigentlich recht gerne Wenn Gebiete offen Aufgedeckt sind Und ich halt auf der Karte sehe Was sich wo befindet So mal kurz schauen So dann wollen wir doch mal schauen Ähm Aber So machen wir nicht mehr in dieser Folge In der nächsten Aber obwohl Wo laufen die jetzt hin Kommen die hier rüber zu mir Wir fallen zurück Schneller Brüder Hm Hier nehmen wir mit Ganz unauffällig So Er kämpft da unten noch gegen einen So Das hätten wir schon mal frei gemacht Und wie gesagt In der nächsten Folge Schauen wir uns dann Diesen Turm an Kümmern wir uns um den Turm Um die Festung Suchen den Hauptmann Eliminieren diesen Dass wir heute uns die Karte aufdecken können Und kümmern uns dann Anschließend um die Hauptmission Ja es war wieder eine Folge Mit äh Leichten Hindernissen zu Beginn Ähm Aber naja Naja Es ging ja ne Wir haben es ja geschafft Ich bedanke mich fürs Zuschauen Und hoffe ich schalte dann noch morgen wieder Eine neue Folge Assassin's Creed Revelations Mit mir dem Blackbeard Und dem im Show versteckten EC Auditore Ähm Ja Also Bis dahin